Hallo und herzlich willkommen liebe Headset-Freunde. Nachdem wir uns im letzten Video das Triton 720 Plus gemeinsam angesehen haben, geht es heute weiter mit dem Triton Pro Plus. Das ist der Nachfolger des AX Pro und es ist auch diesmal wieder ein True 5.1 Surround-Headset. Das bedeutet, im Kopfhörer sind insgesamt 8 Lautsprecher verarbeitet, die für den Surround-Klang sorgen. Ich werde das Teil auspacken, anschließen und euch sagen, wie immer, was ich davon halte. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Okay und los geht's jetzt mit dem Pro Plus, was ja im Gegensatz zum 720 Plus ein True 5.1 Surround-Sound-Headset ist. Das bedeutet, das sehen wir hier ganz schön, da sind auf jeder Kopfhörer-Seite einfach 4 separate Lautsprecher eingebaut. Und das ist gedacht für die Xbox 360, die Playstation 3 oder den PC und den Mac eben. Wollen wir sonst nochmal gucken, was so dabei ist. Auf der Rückseite jetzt haben wir natürlich wieder mit den einzelnen Symbolen ganz einfach beschrieben, was hier so abgeht. Oben links zum Beispiel sehen wir diese 3D-Audio-Sachen, wir sehen hier schon mal den Controller, den Headset, das ist ja alles einzeln halt beschrieben. Darauf werde ich aber im Video dann auch nochmal im Detail immer eingehen. Ja, oben sehen wir 3D-Audio, Full-Audio-Control, also alle einzelnen Kanäle lassen sich steuern. Wir haben dieses Select-Voice-Monitoring. Was gibt es noch? Game-Volume und Chat-Volume lässt sich natürlich separat einstellen. Adapter ist inklusive. Kabellänge ist auch hier 3,7 Meter. Man sieht schon ganz schön, wofür diese ganzen Regler und sowas gedacht sind. Ich würde sagen, das packe ich aber lieber ins Video, als dass wir uns hier einfach zu lange einen Karton angucken. So, ich mache dann direkt mal hier den Cut für euch und ziehe hier mal das Innenleben heraus, damit wir auch sehen, was im Karton drin ist. Nämlich, das ist ja doch irgendwie das A und O von einem Unboxing, oder? Also fragt mich bitte hinterher nicht, gehört die Decoder-Box auch mit dazu, wie beim letzten Video gesehen, wenn ich die doch mit auspacke? Also alles, was ich auspacke, ist dann natürlich auch standardmäßig im Paket mit drin. Und ein kluger Unboxer hätte jetzt auch sofort bemerkt, dass das hier vorne noch zugeklebt ist. Aber das kommentiere ich jetzt mal nicht mit. Auf geht's! Und was entdecken wir jetzt als erstes? Ich weiß schon vom 720 Plus. Achtung! Tada! Und zwar, hier sehen wir so eine Art Bedienungsanleitung, möchte ich mal sagen. Das ist im Grunde genommen ein Quick-Installation-Guide. Ich klappe das mal auf. Da begrüßt uns schon wieder hier das Stop-Logo. Wie gesagt, da sind so Garantie- und technische Hotlines drauf abgedruckt. Und hier können wir schon einfach sehen, links, was ist im Lieferumfang enthalten. Der Kopfhörer mit dieser Kabelsteuerung, das Mikrofon, die Decoder-Box, die Xbox Live-Chat-Kabel, das Adapter-Kabel, ein optisches Kabel, ein USB-Kabel, ein Kabel, um das Ganze am PC anzuschließen und ein Stecker. Ja, und ein Mikrofon. So, habe ich jetzt, glaube ich, alles aufgezählt. Dann sehen wir hier die Anschlussmöglichkeiten eben für den PC. Ob ihr das wahlweise analog oder eben digital anschließen wollt. Dafür brauchen wir halt also entweder links dieses spezielle Kabel oder wir schließen es einfach, wie rechts zu sehen, mit dem optischen Kabel an. Hier sehen wir die PlayStation 3. Da gibt es halt noch so ein paar Hinweise. Und dann sehen wir hier erneut die Xbox Slim, ganz links mit S abgekürzt oder die Xbox mit Komponent oder eine Standard-Xbox mit HDMI-Anschluss, aber noch ohne optischen Ausgang. Also wenn ihr keinen optischen Ausgang habt, dann könnt ihr trotzdem HDMI benutzen, müsst aber eben diesen Adapter zwischenschalten, was absolut kein Problem ist und auch wirklich wunderbar perfekt funktioniert. Da kann ich das jetzt nochmal erwähnen, da möchte ich Triton nochmal einmal in den Himmel loben, weil ich finde es absolut geil, dass so viele Kabel mit dabei sind, dass man nichts zusätzlich separat kaufen muss, dass sogar dieser Adapter dabei ist, was absolut nicht Standard ist und dass sogar zwei Xbox Live Sprach-Chat-Kabel mit dabei sind. Zwei, nicht nur eins. Also da Hut ab, perfekt gemacht. Eine Änderung, die es jetzt auf jeden Fall gegeben hat beim Pro Plus. Wir haben nicht mehr separate Stoffpolster mit dabei. Beim alten Modell, beim AX Pro gab es noch ein paar Ohrpolster separat dazu. Das ist jetzt hier das Einzige, was mir aufgefallen ist, das 1CG. Entschuldigung, liebe Grammatikfreunde, was es nun nicht mehr mitgibt. In der Mitte sehen wir schon ganz schön diese Fernbedienung, mit dem ihr eben diese separaten Audiokanäle, sag ich jetzt mal, anwählen könnt. Ihr könnt halt individuell die vorne, hinten, Mitte und Subwoofer-Lautsprecher ansteuern und laut und leise regeln. So, ich nehme das gute Stück jetzt erstmal heraus. Dafür müssen wir so Klammern hier auf der Rückseite lösen. Das ist natürlich für den Transport ganz einfach gesichert. Wenn ihr diese Teile hier beiseite geschoben habt, dann könnt ihr auch das Headset rausnehmen. Verpackt ist das relativ ordentlich. Das setzt sich gut ein- und auspacken, also auch zum Transport oder so nochmal hier in den Karton setzen. Da kann man direkt schon sehen, das ähnelt vom Design natürlich absolut dem 720+. Was mir aufgefallen ist, das mag jetzt Zufall sein, aber bei mir hat das ProPlus einfach noch ein Stück besser auf dem Kopf gesessen, obwohl es augenscheinlich erstmal der gleiche Kopfhörer ist. Also da hat mir das Gewicht, die Druckverteilung und so einfach irgendwie besser gepasst. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber rein subjektiv, also gefühlt, hat mir das ProPlus noch besser gestanden. So, ich werde das Ganze an der Stelle dann auch nochmal geschnitten haben. So, dann habe ich jetzt alle Kartons beiseite gelegt und jetzt können wir uns das Plus-Modell einmal nochmal vom Nahen anschauen. Also mir persönlich, muss ich sagen, mir gefällt dieses rein weiße Design mit diesen paar schwarz abgesetzten Details richtig, richtig gut. Ich habe auch schon gelesen, dass das manchen Leuten nicht gefällt. Für mich hat es so ein bisschen so einen iPhone-Style. Entschuldigung jetzt an alle iPhone-Hater, aber ich finde, das sieht einfach super cool aus. So, hier kann man dann im Detail auch nochmal sehen, Triton setzt jetzt hier auf so Kunstlederpolsterungen. Kann man auch sehen, die sind relativ weich, die sind so ungefähr daumendick. Die Ohrmuscheln sind sehr groß, die sind halt so ohrumschließend, nennt man das. Und hier können wir dann auch einfach mal die Gewindedetails vom Nahen sehen. Ich habe extra mal hier so Close-Up-Aufnahmen gemacht, damit man mal im Detail sehen kann, wie und wo sich das Headset eben bewegt. Und ganz einfach auch, wie das Ganze verarbeitet ist. So, hier an der Seite können wir jetzt das Headset einfach größer und kleiner machen. Da kann man sogar sehen, das ist nochmal mit Nummern durchnummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe noch nie auf die Nummern geguckt, wie groß mein Kopf ist. Und ich habe es auch noch nie nach Nummern eingestellt. Also ich setze so ein Headset auf und rücke es dann quasi zurecht, dass es einfach sitzt. Dann sehen wir nochmal dieses Oberpolster. Diese Seiten sind hier so leicht gummiert und eben das Oberpolster, damit das Ganze nicht oben auf den Kopf drückt. Also ich habe jetzt mit dem ProPlus noch ein klein bisschen mehr gespielt oder ein klein bisschen länger gespielt, als wie mit dem 720 Plus. Und ich muss einfach sagen, also ich kann damit problemlos wirklich einen ganzen Arm zocken, ohne dass mir das Ding irgendwie auf den Keks geht, muss ich sagen. Bei ganz heißen Spieltagen, das bedeutet einfach im Hochsommer 30 Grad aufwärts, hätte ich mir eventuell Stoffpads gewünscht. Aber sei es drum, es ist wie es ist. Hier kann man nochmal ganz schön sehen, man kann es auch sehr weit aufziehen. Also auch für große Eierköpfe im Grunde genommen geeignet. Ich hoffe mal, alle Eierköpfe nehmen wir das jetzt nicht übel. Also Triton wirbt natürlich damit, dass wir hier ähnlich wie bei einem Heimkinosystem eben das einzigste echte 5.1 Surround Sound Erlebnis haben, halt durch diese unterschiedlichen Kopfhörer im, durch diese unterschiedlichen Lautsprecher, Entschuldigung, im Kopfhörer verbaut. Dabei ist der Subwoofer, also der für die Tiefen, für die Bässe, der ist 40 Millimeter groß. Der Rear, also quasi der hintere Lautsprecher ist 30 Millimeter groß. Der Frontlautsprecher ist genauso auch 30 Millimeter groß. Und der Center Speaker ist jeweils 23 Millimeter groß. So, ich halte dann direkt hier auch mal die Fernbedienung des Kopfhörers in die Kamera. Ich mache hier nochmal ein kurzes Close-Up, damit man das Teil auch einfach vom Nahen sehen kann. Also hier können wir eben diese unterschiedlichen Lautsprecher einstellen. Wir können hier an der Seite halt das Mic muten. Wir können das Selectable Voice Monitoring, dieses SVM einstellen. Damit hat man quasi eine auswählbare Sprachüberwachung, womit ihr eure eigene Stimme beim Game hören könnt. Da sehen wir den Anschluss für das Xbox-Pad. Und wer sich jetzt fragt, wofür ist dieses Selectable Voice Monitoring gut? Ich habe das schon ein paar Mal erklärt. Es ist bei einem Clan-War oder generell beim Spielen eigentlich angenehmer, wenn man sich so ganz leise mit im Kopfhörer hört. Ansonsten ist es eigentlich so, dass man dadurch, dass man seine eigene Stimme nicht wahrnimmt, immer so, dass man laut redet, dass man eigentlich schreit. Und das ist natürlich für die Umgebung zu Hause äußerst unangenehm. Also ermöglicht dieses SVM eigentlich, dass man einfach normaler redet. Ich finde, das ist ein tolles Feature, was eigentlich zu jedem Headset dazugehört. Hier der große Knopf, mit dem ich an der Seite rumspiele. Das ist im Übrigen die Lautstärkeregelung, mit der wir hinterher hier auch diese separaten Kanäle wie Sub, Rear, Front und Center eben durchschalten, beziehungsweise laut und leise regeln werden. Da habe ich auch schon häufiger mal diese Diskussionen verfolgt, was ist denn jetzt besser, um einen Gegner beispielsweise in Call of Duty zu orten. Also ist es jetzt das True Surround Headset mit diesem System, mit mehreren Lautsprechern, oder ist es dann doch Virtual Surround? Also Triton wirbt jetzt eben bei diesem Headset damit, ähnlich wie in einem Heimkinosystem, soll das ProPlus echten 5.1 Surround bieten und dadurch eben eine präzise und direktionale 3D-Audio-Ortung bieten. Ich packe jetzt hier mal nebenbei schon mal die Kabel weiter aus, damit ihr auch wisst, was ich mache hier. Ich finde, das ist immer Geschmackssache. Ich finde, beide Systeme funktionieren eigentlich wirklich richtig gut. An das Virtual Surround Sound System muss man sich auf jeden Fall generell erstmal ein bisschen gewöhnen. So, hier können wir sehen, kann ich auch laut und leise stellen. Hier sehen wir hinterher die Eingangssignale, da kann ich das auch durchschalten. Auch dieser Decoder besitzt vier Gummifüße, damit das Ganze nicht hin und her rutscht. Besonderheit hier ist, quasi für den PC, dass wir hier nochmal diese 5.1 separaten Eingänge haben. Standardmäßig für die Konsole brauchen wir diesen optischen Eingang, den USB-Eingang und links haben wir einfach den Eingang für Strom. Also im Gegensatz zum 720 Plus brauchen wir hier nochmal eine Steckdose für. So, jetzt auch nochmal ein Schnitt. Ich habe mal den großen Karton beiseite gelegt und zum Thema Steckdose, na, das müsste man jetzt hier auch noch auspacken können. Okay, jetzt geht es auf. Hier wird sich vermutlich, ja, hier ist einfach der Stecker drin verpackt, wo wir unseren Strom herbeziehen. Also der Kopfhörer hier, beziehungsweise die Decoderbox braucht einfach nochmal ein bisschen mehr Saft. Da reicht es nicht, das Ganze nur per USB zu verbinden. So, ich zeige das nochmal hier. Das ist so ein Klicksystem, da gibt es halt einen europäischen und ich glaube einen UK oder einen US-Stecker, was weiß ich für. Das ist also leicht gemacht, nur oben so ein bisschen ansetzen und dann lässt der sich ganz einfach sogar einhändig reinklicken und fertig ist das Ganze. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich das Ende, was in den Decoder gehört. So, dann machen wir mal den zweiten Karton auf und blicken mal hier auf das umfangreiche Kabelpaket. Ich werde euch die alle einmal kurz einzeln vorstellen. So, hier haben wir ein Kabel-Set, das gehört halt zum Surround-Sound für den PC. Das werdet ihr sicherlich kennen, wenn ihr schon mal mit sowas zu tun gehabt habt. Ansonsten für die Konsole sind eher diese Sachen interessant, die zwei Kabel für den Xbox-Sprach-Chat. So, und für den Sprach-Chat auch interessant ist natürlich das Mikrofon, was wir noch separat anbringen müssen. Dann haben wir hier die USB-Kabelverbindung, mit der wir unsere Konsole, wie zum Beispiel die Playstation 3 anschließen. Oder hier auch der Adapter, wenn ihr eine alte Xbox besitzt, ohne Optical Out, könnt ihr diesen Adapter benutzen, um das optische Kabel zu benutzen, was wir hier noch als letztes sehen. Damit wird natürlich am Ende der Ton übertragen, damit ihr auch den Spiel-Sound auf dem Kopfhörer habt. Also das ist jetzt schon mal alles insgesamt dabei, was wir hier auf dem Tisch sehen. So, nochmal kurz eine Nahaufnahme, wie man das Mikrofon anbringt. Das gehört ja auch mit irgendwie zu einem kompletten Video dazu. Das wird also nur reingesteckt und dann einmal mit einer Drehung nach rechts fixiert. Und mit einer Drehung nach links kann man es ganz einfach wieder herausnehmen. Insgesamt hat man hier auf der Basis des AX360 eigentlich gearbeitet, also ein vorheriges Triton-Headset. Dann gab es das AX Pro und jetzt das Pro Plus, was eben nochmal mit etwas verbesserten Lautsprechern daherkommt und somit auch nochmal eine bessere Ortung oder einen besseren Klang verspricht. Und man kann vielleicht von vornherein das so erklären, dass man beim Pro Plus jetzt irgendwie ein weiteres Raumklangfeld hört oder fühlt. Ja, es ist ja subjektiv ganz einfach. Also beim 720 Plus hört sich der Sound irgendwie ein bisschen direkter an, ein bisschen stereomäßiger, auch wenn es im Virtual Surround ist. Beim Pro Plus hast du einfach das Gefühl, die Geräusche kommen weiter von außen. So, was gehört noch zu einem Video dazu? Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze an die Xbox 360 angeschlossen wird. Die Playstation-Freunde, denen sei gesagt, das ist beim Anschließen genau das Gleiche. Ja, also auch dort braucht ihr den USB-Kabel, das optische Kabel und Strom. Also das ist absolut gar nichts anderes. Deshalb habe ich mich erneut hier für die Xbox-Variante entschieden. So, ob ihr das Gerät oben drauf stellt oder nicht, sei jetzt euch überlassen. Fürs Video passt das einfach, muss ich sagen, ein ganz klein bisschen besser ins Bild. So, da sehen wir einfach auf der Rückseite schon die Anschlüsse, die wir benötigen. Und in welcher Reihenfolge ihr das jetzt anschließt, ist im Grunde genommen ganz egal. Ich werde jetzt hier einmal mit dem USB-Kabel anfangen. Und dann geht es auch direkt weiter mit dem Strom. Ja, den Stecker tue ich mal aus dem Bild. Da weiß, glaube ich, jeder, wo der hineingehört. Das andere Ende des Kabels kommt hier auf die linke Seite rein. Ja, das war jetzt quasi Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer drei ist, dass wir das optische Lichtleiterkabel nehmen. Da müsst ihr natürlich hier oben diese kleinen Schutzkappen entfernen, damit das Ganze funktioniert. Ihr müsst immer gucken, wie rum kommt das rein. Da ist immer so eine leichte Rundung dran an dem Stecker. Man kann es aber quasi auch nicht falsch rum reinstecken. Dann rastet es einfach nicht ein. Das konnte man vielleicht gerade noch so ein bisschen hören. Das macht so ganz kurz Klick und drin ist das Ganze. So, und damit ist jetzt auch schon die Xbox komplett angeschlossen. Logo mir fehlt jetzt noch für die Xbox Strom und eine Verbindung zum Fernseher. Das Headset selber, also das Triton Pro Plus ist damit aber einsatzbereit. Nein, wartet, einsatzbereit ist es noch nicht. Wir müssen natürlich auch das Headset selber noch anschließen. Und das sehen wir hier am Pro Plus. Unterschied auch noch mal zum 720 Plus. Wir haben halt vorne Eingänge für direkt zwei Kopfhörer. So. Stecker habe ich mittlerweile auch eingesteckt. Da können wir sehen, die erste Lampe leuchtet. Und was dann natürlich fehlt, ist, dass wir die Xbox einschalten und dann gegebenenfalls auch mal ein Spiel einlegen. Da stört der Kabel dann ein bisschen. Deshalb wäre mein Tipp, das eher separat zu stellen. Man kann es jetzt nicht nach rechts auf die Xbox stellen. Damit würdet ihr den Lüfter verdecken. Und das wäre, glaube ich, nicht so der Idealfall für die Xbox. Also entweder müsst ihr damit leben, dass ihr den Kabel ein bisschen kurz hochhaltet. Oder ihr stellt das Gerät halt einfach separat auf. So, ich schmeiße mal Battlefield rein. Und weiter geht es mit dem Video. Ja, viel zu zeigen gibt es eigentlich nicht mehr. Ich denke, ich habe schon eine Menge vorgestellt, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, wenn ihr euch mit diesem Thema gar nicht auskennen solltet. Für den Sprachchat der Xbox müsst ihr eben hier diese Regelung mit eurem Pad verbinden. Oh, man hört im Hintergrund den Battlefield-Sound, merke ich gerade. Also Kabel hier in die Fernbedienung des Headsets und das andere Ende ins Pad. Und somit habt ihr halt Gaming, Sound und Sprachchat gleichzeitig dabei. So, nochmal ein Close-Up von der Fernbedienung. Das ist ja quasi das besondere Feature. Ihr könnt hier sehen, das ist auch nochmal ein bisschen verwässert worden. Das war früher immer so, das musste man sehr feste drücken. Das lässt sich jetzt noch ein bisschen einfacher und komfortabler bedienen. Die Farben sind quasi die jeweilige Lautstärke, wobei Rot natürlich zerstörerisch laut ist. Ihr könnt das auch hier separat regeln. Ich glaube, ich regle das hier mal ein bisschen leiser, damit man nicht zu viel vom Battlefield-Sound die ganze Zeit hört. So, wenn ich jetzt hier einen Knopf separat drücke, wie Sub für den Subwoofer, steuere ich jetzt im Moment, wenn ich den Hebel hier oben links bewege, ganz einfach nur die separate Lautstärkenregelung des Subwoofers. Den habe ich jetzt hier auf grün runter gedreht. Das bedeutet, ich bekomme im Moment einfach weniger Bass. Wenn ich das bis auf Rot hochdrehe, bekomme ich einfach den meisten Bass. Ihr habt hier diese verschiedenen Stufen, das könnt ihr ganz einfach sehen. Und so könnt ihr euch jeden Lautsprecher separat einstellen. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen den Center hier noch zwei Stufen zurück oder hier einmal den Front zurück und den Rear, der ist jetzt auf Rot, den lassen wir mal so. Also im Moment habe ich Front und Center so mittellaut. Rear, also die hinteren Lautsprecher ganz laut und den Sub ganz zurück gedreht. Wie jetzt eure persönlichen Einstellungen für jeden Shooter sind, müsst ihr ganz einfach selber für euch ausprobieren oder entscheiden. Ich rate generell dazu immer, den Subwoofer leiser zu machen. Dadurch sind weniger Bässe da, kann man meistens ein bisschen besser den Gegner hören. Und ich rate eigentlich auch hier dazu, die Rear-Lautsprecher, also die hinteren, ein bisschen lauter zu machen, damit ihr eher den Kollegen seht, der von hinten angeschlichen kommt. Was ein Quatsch, den Kollegen hört natürlich mal nicht. So, letztes Fazit zum Pro Plus, also irgendwie eine sinnvolle Erweiterung. Es sind kleine Verbesserungen da zum AX Pro. Es ist immer noch ein sehr gutes Headset, was auch das normale AX Pro war. Mit 159 Euro bekommen wir halt hier einfach ein sehr gutes Headset. In dieser Preisklasse muss ich sagen, bei 150 Euro bekommt man eine Menge Equipment mit dabei, man bekommt eine schöne Verarbeitung. Ist ein sehr beliebtes Headset, kann man eigentlich nicht so viel mit falsch machen. So, das war's für heute mit dem Triton Pro Plus. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos dazu geben. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!